Moin Benjamin! Moin Flemming! Sag mal, bist du eigentlich Ossi oder Wessi? Ich bin Ossi, genau wie du. Ah ja, und magst du mal kurz allen, die es nicht wissen, erklären, was Ossis und Wessis eigentlich sind? Sehr gerne. Also, kurz gesagt, sind Ossis alle diejenigen, die in Ostdeutschland, also auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, geboren sind. Und Wessis, das sind diejenigen, die Westdeutschen, die also in Westdeutschland in der BRD geboren sind. Genau so. Und heute reden wir mal darüber, warum man überhaupt noch zwischen Ossis und Wessis unterscheidet und welche Vorurteile es auch zwischen beiden gibt. Ganz genau. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall heute wieder bei uns. Genau. Viel Spaß. Viel Spaß. Ihr hört Deutsches Geplapper, den Podcast für fortgeschrittene Deutschlerner, die jede Woche authentische Gespräche von Muttersprachlern hören wollen. Ich bin Flemming von Natural Fluent German. Und ich bin Benjamin von Deutsch mit Benjamin. Eine neue Podcast-Folge mit uns gibt es jeden Mittwoch. Und falls ihr an unseren Deutschkursen interessiert seid, besucht doch mal unsere Websites. Außerdem findet ihr uns auch auf YouTube und Instagram. Abonniert dort gerne unsere Kanäle. Alle wichtigen Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und helft uns doch mit einer kleinen Bewertung unseres Podcasts bei iTunes. Und nun viel Spaß. Ja, moin Benjamin, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Bei mir gibt's eigentlich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht ganz so viel Neues. Außer, für dich ist neu gewesen, dass ich einen Weinberg habe. Dass wir einen Weinberg haben. Genau. Genau. Da wollte ich auch, genau auf dieses Thema wollte ich auch anspielen. Was zur Hölle ist los? Warum habt ihr einen Weinberg? Wir haben einen Weinberg, weil, ja, wir uns für Wein, für das Thema Weinherstellung sozusagen interessieren. Und das ist einfach ein schöner Rückzugsort, ähnlich wie ein Garten. Also wir haben jetzt keinen riesengroßen Weinberg, wie man sich das vielleicht so vorstellt, wo man jetzt professionell literweise Wein herstellen kann. Aber es ist, ja, im Kleinen, ja. Und manche haben einen Garten mit einem Wochenendhäuschen oder sowas ähnlichem. Und wir haben eben statt eines normalen Gartens einen Weinberg. Also wir haben auch Kartoffeln da drauf, wir haben auch Zwiebeln, aber eben auch Wein. Weintrauben. Ja, das ist ehrlich gesagt so ein kleiner Traum von mir, irgendwann auch mal so einen Weinberg zu haben. Ich weiß nicht, ob ich das je realisieren werde. Einfach aus dem Grund, weil ich einfach viel zu wenig Ahnung von Wein habe. Aber ich trinke ihn sehr gerne. Also zumindest Rotwein, muss ich sagen. Du auch? Ich bin kein Weintrinker eigentlich in dem Sinne. Nee, das nicht. Aber ich finde das ganz interessant, wie das gemacht wird. Ah ja. Ja, und ich esse gern Weintrauben. Ich esse gern Weintrauben. Das auch auf jeden Fall. Ja, vielleicht lädst du mich ja irgendwann mal auf ein Glas ein. Mache ich. Oder auf ein paar Weintrauben. Warum nicht? Oder auf einen Käseteller mit Weintrauben. Oh, perfekt. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, Benjamin, dann kommen wir heute mal zum heutigen Thema. Und zwar Ossis und Wessis. Und ich habe mir so eine kleine Einführung überlegt. Und zwar, du weißt ja, es gibt sowohl über die Ostdeutschen als auch die Westdeutschen viele Vorurteile, so von beiden Seiten. Und ich würde einfach mal Vorurteile, die so allgemein kursieren, vorlesen. Und du sagst mir einfach mal, was du glaubst, über wen dieses Vorurteil, ja, von wem dieses Vorurteil handelt, ja. Um wen es da geht, um die Ossis oder die Wessis. Verstehst du? Ja, alles klar. Alles klar. Okay, also ich fange mal an. Sie sind ungebildet und faul. Ossis. Richtig, richtig. Leider, leider richtig. Also für euch, für euch nochmal. Nicht richtig im Sinne von, ich hoffe, du willst jetzt nicht sagen, das ist richtig, das ist der Wahrheit. Nein, nein, genau, das wollte ich gerade erklären. Das entspricht nicht der Wahrheit, aber das sind diese Vorurteile, ja. Also für euch, ihr müsst, alles, was ich jetzt sage, ist natürlich nicht unsere Meinung, sondern das sind diese allgemeinen Vorurteile, Klischees, die die Menschen hier und da eben haben. Ja, genau, so wie wenn man sagen würde, Deutsche sind pünktlich oder Amerikaner sind übergewichtig oder sowas. Genau so, genau. Ja, und leider sagt man über die Ostdeutschen, dass sie ungebildet und faul sind und dass sie wenig arbeiten würden. Stimmt, meiner Meinung nach nicht. Gut, sie laufen gerne nackt herum. Sie laufen gerne nackt herum? Ich würde vielleicht auch sagen, dass es über die Ossis, also dass darum geht. Genau, genau. Und zwar kommt das, glaube ich, vor allem daher, dass viele Ostdeutsche gerade so an der Nordostküste gerne an FKK-Stränden sich aufhalten. Also FKK, freie Körperkultur. Und ja, das sind Strände, an denen... Nudistenstrände sozusagen, ne? Genau. Nudistenstrände, genau. Ja. Strände, an denen die Leute einfach nackt sind und daher kommt auch dieses Vorurteil, dass die Ossis die ganze Zeit nackt sind. Ich glaube, das galt früher mehr als heute. Ja, wollte gerade sagen, also das, ich musste jetzt auch erst mal ganz kurz überlegen, aber dann ist mir eingefallen, dass in der DDR die Leute sehr gerne an FKK-Strände gegangen sind, um zu baden. Davon weiß ich aber, dass, ich habe dieses Vorurteil noch nie in der heutigen Zeit im Zusammenhang mit Ossis gehört. Also ich kenne auch, um ehrlich zu sein, niemanden, der an FKK-Strände geht. Aber ich weiß, dass von Erzählungen meiner Großeltern und Eltern, dass das früher in der DDR beliebt war. Genau. Und ich glaube, bei älteren Generationen ist das, dieses Bild auch noch so ein bisschen verankert im Kopf, schätze ich mal. Genau. Ja, drittes Vorurteil. Sie denken nur ans Geld. Sie denken nur ans Geld? Hm. Vielleicht geht es jetzt um die Wessis, aber ja. Ja, ja, also dass die, dass die, dass die, dass die Wessis nur ans Geld denken, dass sie geizig, ein bisschen egoistisch sind. Echt? Das ist so, das ist so ein, ja, ja, also das ist so ein allgemeines Vorurteil. Ich finde, das ist eigentlich ziemlich, ja, ziemlich bekannt, so diese, diese Aussage. Also vielleicht gibt es da auch noch einen Unterschied zwischen, zwischen dem Nordosten und dem Südosten, wo du herkommst. Weiß ich nicht genau, aber genau, das ist so eine. Also vielleicht, vielleicht für unsere Zuhörer nochmal, äh, ich komm aus Sachsen und du, wo kommst du her? Ich komm aus Rostock, das ist an der Ostsee, genau. Genau. Meckpomm. Uns, uns trennen, Meckpomm, uns trennen doch einige Kilometer. Ja. Ja, aber ich, ich hab jetzt tatsächlich gestutzt, weil, ähm, man sagt, man nicht, dass die Ossis auch so sparsam sind und, äh, nicht zu viel ausgeben wollen. Kommt das nicht auch so von früher? Und die Wessis, ja, die, die reichen, die verdienen ja sowieso mehr, also dann können die auch mehr ausgeben. Ne, also. Ja, sie, sie können mehr ausgeben, sie verdienen mehr, genau. Aber ich glaube, also ich, ich glaube in, in Wahrheit ist es wirklich, ähm, hält sich das so ein bisschen die Waage. Ja, das bedeutet, also es ist, glaube ich, ziemlich ausgeglichen, ähm, wenn, wenn es jetzt ums Geld geht. Die einen sind eben so ein bisschen mehr auf die Karriere fixiert und die anderen so ein bisschen mehr auf existenzielle Fragen. Das würde ich mal beschreiben. Aber, ja, dieses, dieses Vorurteil, äh, dass, dass sie geizig sind, das gilt, glaube ich, eher für die Wessis als für die Ossis. Okay, interessant. Also das ist neu für mich, das, ja, habe ich so auch noch nicht gehört. Aber gut. Ja, wir, wir, wir lernen ja hier auch beide noch, äh, weiter. Definitiv, jedes Mal. Okay, sie sind arrogant und überheblich. Wessis natürlich. Wir zwei nicht. Wir zwei auf keinen Fall. Also das kam jetzt wie aus der Pistole geschossen, das ist doch klar, ja. Die Ossis sind, äh, faul und die Wessis sind, äh, arrogant. Also das ist eigentlich so das Allerklassischste, oder? Ja, ja, das denke ich auch. Das ist so dieses Hauptvorteil. Damit einher geht eben auch so ein bisschen dieser, dieser Gedanke, ähm, karrieregeil zu sein, ähm, da kommen wir wieder auf das, auf das Geld zu sprechen. So glaube ich so, ähm, ja, das wäre so meine, meine Schlussfolgerung, ne, Schlussfolgerung ist das falsche Wort. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, Interpretation oder Erklärungsversuch. Ja, genau, genau. Okay, und ja, das letzte Vorurteil. Sie sind ausländerfeindlich. Also, wir zwei nicht, natürlich, aber vielleicht die anderen Ossis, ne, auch nicht unbedingt, aber sagt man so, ne, dass die Ossis, ähm, ja, man sagt auch immer, finde ich total blöd, aber viele sagen auch gleich, ja klar, du kommst ja aus dem Osten, dann, dann bist du auch ein Nazi oder sowas, ja, finde ich, äh, doof. Aber das liegt sicherlich auch daran, dass, äh, die, ähm, ja, die AfD zum Beispiel, also die Alternative für Deutschland, die rechtspopulistische Partei, die auch im Bundestag sitzt, dass die in den Landtagen, also in den Landesparlamenten der ostdeutschen Bundesländer, äh, die meisten Sitze haben, ne, und auch am Anfang, also, dass die sich da sehr schnell etablieren konnten. Und, äh, ich glaube, sie sind auch jetzt in, sind sie in allen Landtagen, äh, Landtagen, Landtagen vertreten, oder sind sie, sind sie in allen, äh, ostdeutschen Landtagen vertreten? Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob sie deutschlandweit, bundesweit oder nur in ostdeutschen Landtagen komplett vertreten sind. Weißt du das? Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube zum Beispiel in, ähm, ähm, oh, oh, nee, jetzt, 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 jetzt müsste ich Quatsch erzählen. Nee, 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 da, da, da bin ich mir wirklich unsicher. Also ich hätte jetzt gesagt Hamburg, da, Hamburg oder Bremen sind sie nicht drin, aber, nee, um, um mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster zu lehnen, äh, lassen wir das mal lieber. Ja, sind wir uns beide unsicher. Auf jeden Fall haben sie es im, im Osten, also in den ostdeutschen Landtagen, äh, schneller geschafft, ähm, überhaupt in die, in die Landtage, also ins Parlament zu kommen. Genau, genau. Und, ähm, ich glaube, was mit diesem Vorurteil eben auch noch einhergeht, sind so diese Erinnerungen an Rostock-Lichtenhagen, ähm, das ist dir ja wahrscheinlich auch ein Begriff, oder? Mhm. Genau, genau, ähm, das ist ja meine Heimatstadt Rostock und es gab 1992 hier einen Vorfall mit, äh, ja, rechtsextremistischem Hintergrund, da, ähm, gab es so ein, ein, ein Hochhaus in, in Rostock in einem Stadtteil, im Stadtteil Lichtenhagen und dort wurden, ähm, Vietnamesen, die dort gelebt haben, ähm, mit, ja, was, wie, wie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das losging, aber es, es, es waren, es fing an mit einer kleinen Gruppe, die diese Vietnamesen, Vietnamesen beleidigt haben und dann wurden es immer mehr und, ja, am Ende standen da hunderte von Leuten, die diese, äh, Vietnamesen, ähm, die sich in ihren, in ihren, in ihren Wohnungen versteckt hatten, ähm, ja, beleidigt haben, angeschrien haben, bepöbelt haben und, äh, am Ende flogen sogar Molotow-Cocktails, ähm, ähm, es, es, es hat gebrannt überall, also das waren wirklich ziemlich krasse, schreckliche Szenen. Und dafür, also dieses Bild ist, glaube ich, bei vielen Menschen in ganz Deutschland immer noch präsent, also, weil das wirklich durch die Medien ging und so ein bisschen wurde Rostock als Stadt, aber eben auch der Osten als, ja, als, als Region abgestempelt als, als, ja, als Ort, wo sich die Rechten tummeln, wo sich die Nazis tummeln, ja, und das war so ein, so ein Riesenschock damals in, in ganz Deutschland. Mhm. Genau, ja. Und, ja, und, ja. Trotzdem nochmal, ja. Ja, ja, ich wollte nur sagen, dass, ähm, ich will jetzt nicht, dass die Leute den Eindruck bekommen, dass, dass der Wahrheit entspricht, äh, genau. Ich glaube an diesem, also, das ist ja eigentlich immer so, ähm, mit Vorurteilen, dass irgendwas ist schon dran, sage ich jetzt mal, also, das heißt, es gibt ein Wahrheitsgehalt an der ganzen Sache, weil es hat ja irgendeinen Grund, es hat ja irgendwann mal angefangen, dass Leute überhaupt, äh, sowas gesagt haben über andere Leute. Ja, ja, so wie wenn man jetzt sagt, Deutsche sind pünktlich, natürlich sind nicht alle Deutschen pünktlich, ich zum Beispiel bin jetzt nicht unbedingt der Allerpünktlichste, muss ich zugeben, im privaten Bereich vor allem, also, komme ich auch gerne mal zu spät, ähm, aber es hat ja schon einen Hintergrund, warum machen wir Deutschen oder viele Deutsche diesen Eindruck auf Nicht-Deutsche, dass wir pünktlich sind. Ja, das, äh, zum Beispiel die Deutsche Bahn ist absolut nicht pünktlich, aber, nein, aber, und ich eben auch nicht beispielsweise, äh, aber, aber irgendwie ist es ja doch entstanden und genauso, ähm, ist das mit den Vorurteilen gegenüber Ossis und Wessis, also, irgendwie ist das entstanden, das hat man ja nicht einfach mal zum Spaß gesagt, Wessis sind arrogant und, ähm, Ossis sind faul oder Nazis oder sowas. Also, ähm, was ich dazu sagen will, ist, dass, ähm, grundsätzlich ist es vielleicht tatsächlich so, dass man im Osten schneller Gefahr läuft, wenn man zum Beispiel ein anderes Aussehen hat, also kein, ich sage jetzt mal, mitteleuropäisches Aussehen, dann fällt man gleich auf und die Leute, äh, sind dann, äh, vielleicht ängstlich, ja, weil sie, also, sie wollen eigentlich, ja, das Vaterland irgendwie schützen und, ähm, berufen sich immer darauf, das ist unsere Region oder unser Land und, äh, jeder soll doch in seinem Land bleiben oder sowas, also, die Wahrscheinlichkeit, dass solche Szenen oder dass so etwas im Osten passiert, ist vielleicht höher, als dass es im Westen passiert, das liegt aber sicherlich auch an der Geschichte und ich zum Beispiel aus meiner Erfahrung kann sagen, dass es vor allem die ältere Generation betrifft und das betrifft meiner Meinung nach nicht nur dieses Vorurteil, sondern auch andere Vorurteile, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder zu dieser Arroganz der Westen, Wessis kommen oder sowas, also, ich persönlich würde zum Beispiel nicht sagen, dass ein 30, 40-jähriger Wessi, ähm, typischerweise arrogant ist, aber wenn ich jetzt meine Oma frage, wie stellst du dir so einen typischen Wessi vor, dann würde sie wahrscheinlich gleich als allererstes sagen, ja, so ein Arroganter oder andersrum, wenn sie, wenn sie jemanden kennenlernt und der ist arrogant und dann stellt sich raus, dass der Wessi ist, dann würde sie wahrscheinlich sagen, na, ist ja klar, aber ich würde wahrscheinlich nicht so reagieren, ja, ich würde einfach das hinnehmen, weil ich weiß, dass es auch Ossis gibt, die, äh, arrogant sind, ähm, ganz einfach und Wessis, die vielleicht Nazis sind, ja, ähm, und das liegt ganz einfach, ähm, ja, an der Vergangenheit, also die Ossis, äh, ist auch so ein bisschen, müssen wir vielleicht auch dazu sagen, so ein bisschen abwertend, ne, das Wort, also Ossi und Wessi. Ja, ja, neckisch, neckisch abwertend, irgendwie so, ja, ja. Genau, ist nicht ganz böse, aber, ne, ist so ein bisschen, genau, ähm, aber was ich sagen wollte, ist, dass die, äh, die Ossis, also die Menschen, die in der DDR auch groß geworden sind, die kannten ja jahrelang nichts anderes, also als diesen Zustand, dass da die Mauer war und dass sie eigentlich Fremde nicht wirklich im Land hatten, eventuell Russen oder Vietnamesen gab es viele in der DDR, aber so richtig wie heute, so ein multikulturelles Land war das ja nicht und jetzt muss man sich, muss man sich vorstellen, plötzlich fällt die Mauer 1989, ja, und Deutschland wird wiedervereinigt und plötzlich sind da ganz viele verschiedene Nationalitäten im Land und dazu kommt, dass viele Menschen, die in der DDR, ähm, aufgewachsen sind, gearbeitet haben und dann in der Zeit der Wende, ähm, schon so ein, naja, mittleres Alter erreicht haben, also so vielleicht 40, 45, 50, viele haben ihren Job verloren, weil es war dann nicht mehr so einfach, ähm, für die Leute, ähm, naja, sich diesem westdeutschen Standard anzupassen, also man hätte die Leute jetzt auch nicht komplett neu ausbilden können, weil das hätte sich sozusagen nicht mehr gelohnt, der arbeitet ja sowieso nur noch 10 Jahre, ja, warum, also auf der einen Seite, warum sollte jetzt die Firma da noch investieren und ihm irgendwie, äh, was Neues anbieten, ist ja für die Firma nicht wirtschaftlich, auf der anderen Seite, ähm, sind viele Firmen pleite gegangen, die in der DDR, ähm, aktiv waren, ja, weil sie durch westdeutsche beziehungsweise globale Riesen verdrängt wurden, genau, und so ist dann so vielleicht auch ein bisschen das zu erklären, dann, warum vor allem bei den Älteren, also wenn ich jetzt jüngere Ossis und ältere Ossis vergleiche, dann, oder Ostdeutsche, also dann, dann sehe ich da auch nochmal Unterschiede, das, ähm, auf jeden Fall, ähm, muss ich auf jeden Fall dazu sagen. Jetzt habe ich sehr viel geredet, jetzt darfst du mal. Ich wollte gerade sagen, also schöner, schöner Exkurs in die Geschichte, aber es war wichtig, das alles nochmal so zu erklären, ähm. Ich wollte das einfach nur klarstellen, genau, dass die Leute jetzt nicht denken, okay, ich gehe lieber in den Westen, weil dort ist alles ganz frei, äh, und, und tolerant, und im Osten sind nur Nazis, so ist das nicht, und, ähm, es hat einfach seine Gründe, und vor allem betrifft es meiner Meinung nach die ältere Generation, weil zum Beispiel alle Leute, mit denen ich verkehre, logischerweise sind das nicht so viele, total Alte, ähm, die sind auch tolerant, und das sind in der Regel Ossis bei mir, weil ich im Osten auch aufgewachsen bin. Ja, ähm, was, was ich nur sehr interessant, äh, oder auch, ja, auch wieder ärgerlich finde, ist, dass dieses Bild, was du gerade beschrieben hast, was vor allem ältere Generationen eben noch im Kopf haben, dass das eben sich in vielen, also ich, ja, ich kenne leider viele Beispiele, wo sich dieses Bild auch bis heute noch verfestigt hat in den Köpfen, und das ist so, ähm, schade, wenn man drüber nachdenkt, dass die, dass die Wende, also der Mauerfall jetzt mittlerweile über 30 Jahre her ist, dass, ähm, trotzdem es immer noch, ja, Leute gibt, die so alt sind wie du oder ich, oder teilweise auch jüngere Leute, ähm, beziehungsweise du bist ja jünger als ich, ähm, aber noch jüngere, sag ich mal, die, die eben immer noch dieses Bild haben, die immer noch, ähm, ja, die immer noch diese, diese Vorurteile, über die wir geredet haben, ähm, in ihren, in ihren Köpfen haben, und das trifft eben vor allem meiner Erfahrung nach auch auf, äh, auf kleinere Dörfer zu, auf, auf Regionen, ja, die, die wirklich sehr ländlich geprägt sind, ähm, und das, das beobachte ich immer wieder, jetzt zum Beispiel hier in Rostock, oder ich schätze mal auch bei dir in Dresden, da haben die Leute von, da, da sind sowieso viele, da arbeiten viele Ostdeutsche, viele Westdeutsche, da kommen, äh, hunderte, tausende Menschen jedes Jahr hin, ähm, die, die vom Westen in den Osten ziehen oder umgekehrt, da kommen jedes Jahr tausende, zigtausende von Touristen hin, also nach Dresden genau wie nach Rostock, beziehungsweise du wohnst nicht mehr in Dresden, aber du hast da gewohnt, so, genau, aber da ist dieses, dieses, ähm, dieses Bild, was man voneinander hat, ein ganz anderes, weil die Menschen viel, viel toleranter durchs Leben gehen. Das bezieht sich dann auch wieder, das bezieht sich dann zum Beispiel auch wieder auf, ja, Ausländerfeindlichkeit. Ich beobachte oft, oder habe schon oft beobachtet, dass diese, dieser, ähm, ja, diese Vorurteile gegenüber Westdeutschen zum Beispiel, auch oft einhergehen mit Abneigung oder Ausländerhass, so, ja, mit, mit Fremdenfeindlichkeit. Also, dass alles, was fremd ist, so ein Stück weit abgelehnt wird, ja, und das, das ist so, ich bin mir sicher, das gibt es auch in vielen ländlichen Regionen im Westen, ohne jetzt die ländlichen Regionen, äh, generell, ähm, schlecht zu machen, ja, aber, ähm, ich glaube, gerade dieses, ja, gerade dieses, dieses internationale Leben in einer Großstadt, das, das sorgt eben dafür, dass man, äh, ja, solche Gedanken überhaupt gar nicht erst hat, dass man viel toleranter aufwächst und lebt. Also, gilt auch nicht für alle, aber dort, ja, zumindest ist man dran gewöhnt, dass das, genau, ja, verstehe ich vollkommen, also, bin ich auch vollkommen bei dir, dass, ähm, die Menschen in der Großstadt generell vielleicht etwas toleranter noch sind, als die in den ländlicheren Regionen. Mhm, genau. Ähm, ähm, äh, was, was verbindest du denn mit den Begriffen, oder kennst du die beiden Begriffe, für Yammer, Yammer-Ossi und Besserwessi? Äh, ja, kenn ich, also, Yammer-Ossi, naja, also, früher war alles besser, ja, also, vor der Wende, ne, da hatte jeder seine, sowieso, jeder seine Arbeit, Arbeitslosigkeit gab's ja nicht in dem Sinne wie heute in der DDR, das ist ja auch sowas, ist ja tatsächlich so, also, ich kann da auch die Leute verstehen, die in der DDR eine Arbeit hatten und jetzt keine mehr haben oder dann eben nach der Wende nicht mehr hatten und die dann, äh, ja, deprimiert und verzweifelt waren deswegen und irgendwie vielleicht auch ein bisschen böse, weil nur durch die Wende, also durch die Wessis indirekt ist das ja gekommen und wenn die Mauer noch wäre und so, dann hätte ich jetzt noch meinen Job und so weiter. Also, ich kann das schon nachvollziehen, weil ich persönlich bin nicht in der DDR aufgewachsen, äh, und auch nicht geboren, aber ich, ja, also, ich kann das verstehen, warum die Leute dann zum Teil so gedacht haben, ne, also, Jammer-Ossi, genau, jammern heißt, dass man, dass man traurig ist eigentlich und dann, äh, sich laut Hals darüber beschwert, wie schlimm alles ist, dann sagt man jammern, ja, genau, der jammert schon wieder oder rumjammern sagt man auch, der jammert schon wieder rum, sie jammert immer, genau. Und der Besser-Wessi, der Besser-Wessi ist diese, ist dieser ständig alles besser wissende Wessi, dieser, was ich vorhin auch beschrieben habe, mit diesem Vorurteil, dieser, dieser arrogante, überhebliche Wessi, ja. Genau. Der, genau, der immer alles besser weiß. Genau, richtig. Genau, genau. Ähm, ja, ich, ich finde es, ähm, es ist irgendwie immer noch ein präsentes Thema und es sollte eigentlich nicht mehr so sein. Umso krasser sind dann manchmal Menschen, die den Gedanken äußern, äh, die, die Mauer wieder hochzuziehen, ja, ähm, es gibt ja immer noch solche Leute und, und da frage ich mich, ja. Sowohl Wessis als auch Ossis tatsächlich, ne? Genau, genau. Wie, wie du gesagt hast, manche Ossis, die sagen, ja, früher war alles besser, da hatte ich eine viel bessere Arbeit, da war alles sicherer und so weiter. Da stünde die Mauer doch nur noch, dann, dann wäre wieder alles gut für mich. Und auf der anderen Seite, äh, ja, Westdeutsche, die, die, warum auch immer irgendeine Abneigung gegen Ossis haben und dann auch solche Parolen raushauen und sagen, ähm, zieht die Mauer wieder hoch. Totaler Schwachsinn, genau. Da sind wir uns einig. Ähm, ja. Ich glaube, dieser, ich glaube, dieser Unterschied zwischen Ossis und Wessis, man kann das ausweiten tatsächlich auf Europa, würde ich sagen. Weil ich würde sagen, je weiter man in den Osten geht, also auch dann, wenn man Deutschland verlässt und dann so Richtung Polen, Tschechien, ähm, und noch weiter östlich, desto mehr verfestigt sich, äh, diese, naja, Sichtweise vielleicht oder Lebenseinstellung, ähm, oder diese, diese Angst vor Fremden, ja, ähm, was eben auch wieder auf der Geschichte gründet, definitiv. Und ich lebe ja jetzt hier seit einer Weile, äh, in Tschechien und die Leute sind hier, manchmal erinnert mich das an Dresden, als ich ein kleines Kind war. Das heißt, weil die Gesellschaft entwickelt sich ja logischerweise immer weiter und als ich ein kleines Kind war, dann waren noch mehr Ältere da, die also die DDR erlebt haben, komplett erlebt haben, von 0 bis 100, ja, ähm, und, ja, jetzt, jetzt vermischt sich das ja immer mehr logischerweise. Immer mehr Westdeutsche arbeiten auch im Osten, immer mehr Ostdeutsche auch im Westen und so weiter. Das heißt, diese Vorurteile oder diese, ja, kann man schon sagen, diese Vorurteile werden schon immer weniger, ne? Ja, ja, definitiv. Genau, die Welt, die Gesellschaft wird immer toleranter auch und so weiter. Das vermischt sich immer mehr. Und, ähm, hier in, ich sag mal, Osteuropa, wie es ja auch immer genannt wird, also Tschechien beispielsweise, ist das, ähm, noch so manchmal wie bei uns in Dresden, das vor, oder eben Deutschland, Ostdeutschland, vor 15, 20, 25 Jahren war. Also, äh, man ist immer noch sehr skeptisch, ja, ähm, gegenüber Fremden und man, man will auch erst mal, ähm, lieber den Tschechen die Jobs geben, also wenn ich jetzt einen Ausländer da habe und einen Tschechen, dann gebe ich den Job lieber dem Tschechen, so, also, ne, also ich nicht, ne, aber, äh, so, 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 so läuft es dann hier teilweise noch, ähm, ganz genau. Oder die, die, die Tschechen, also Tschechien, das Land, wollte ja auch damals null Flüchtlinge aufnehmen, ja, weil das gehört hier nicht hin und das, also wir sind unser Land und warum sollten wir diesen Menschen, die jetzt, äh, zu uns kommen, warum sollten wir denen jetzt Asyl gewähren, ähm, das ist doch nicht unsere Aufgabe, ja, und dann, dann, keine Ahnung, ja, also, ja, also, äh, ändert sich sicherlich auch noch in den nächsten Jahren, wird das sicherlich auch noch ein bisschen toleranter hier werden. Ja, was, was ich auch interessant finde, ist, ähm, das ist so eine Spaltung, wie, wie jetzt zum Beispiel in der, also, Spaltung ist jetzt viel zu hoch gegriffen, dieses Wort, also, es gibt diese Vorurteile noch teilweise, aber es ist keine Spaltung in dem Sinne, aber, ähm, man erkennt es zum Beispiel in anderen europäischen Ländern oder anderen Ländern der Welt auch, dass es immer wieder, ähm, so diese, diese, diese großen Unterschiede zwischen, ähm, zwischen den Regionen eines Landes gibt, also, dass es die gibt, dass es die einen gibt und die anderen, also, ich hab immer wieder das Bild von, ähm, von, von Norditalien und Süditalien im Kopf, ja, also, so alles, was nördlich von Rom ist, äh, das sind die Norditaliener und alles von südlich von Rom sind die Süditaliener, alles, was südlich der Stiefelspitze ist, äh, ist es eigentlich schon Afrika, obwohl da ja eigentlich noch Sizilien ist, so, also, und da gibt es auch so diese, diese, das hab ich auch wirklich erlebt, weil ich ein halbes Jahr auf Sizilien gelebt habe, so, da gibt es auch diese krassen, krassen Vorurteile gegen die da oben und die da unten und so weiter, in Spanien mit, mit Andalusien, äh, ist es, ist es ähnlich, aber da ist es ja mit dem Regionalismus nochmal ganz anders, äh, da gibt es ja dann die Katalanen und die Basken und so weiter und ich finde es wirklich, ja, unheimlich interessant auf der einen Seite, aber eben auch gefährlich, dass diese, dass diese Spaltung in, 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 in den Gesellschaften so auch in, in gefestigten europäischen Ländern dann immer noch so bestehen, auch Jahre nach den Ereignissen, die sie dazu gemacht haben, ja, also, ähm, das, äh, ja, und in Deutschland lässt sich das eben sehr gut daran beobachten und da gab es eben die Mauer, in anderen Fällen gab es keine Mauer und trotzdem gibt es diese Unterschiede, so. Ja, aber hat irgendwie, genau, spannendes Thema, aber gründet sich irgendwie immer auf die Geschichte, das hat immer Hintergründe, das ist nicht, also, ähm, das kann man alles irgendwie erklären, sage ich jetzt mal so, also deswegen auch an diesen Vorurteilen, das will ich nochmal sagen, da ist schon teilweise was dran, weil es gibt eine Geschichte, es gibt Hintergründe, die dazu geführt haben, dass die Menschen so denken, aber es ist nicht, es entspricht nicht voll der Wahrheit, weil es ist, es ist und bleibt ein Vorurteil oder ein Stereotyp, also etwas, ähm, naja, erklär du mal, was ein Stereotyp ist, was ist der Unterschied zwischen einem Stereotyp und einem Vorurteil? Ähm, ja, Vorurteile sind diese, diese, diese Dinge, die man über Personen sagt, ähm, weil man sich seine eigene Meinung gebildet hat, ohne das wirklich überprüft zu haben, so würde ich es mal sagen, und, äh, Stereotype sind so, so, äh, ja, wie sagt man das, typische Eigenschaften eines, ähm, eines, einer Person oder einer, einer Gruppe von Personen, so, also das sind, ja, eher die, das sind die Eigenschaften, die wahr sind, kann man das so sagen? Äh, nee, nicht wahr sind, oder, sondern, äh, die diesem Vorurteil vielleicht entsprechen, oder? Ja, 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 so kann man es, so kann man es, ja, gut. Genau, also ein stereotypischer Ossi, das wäre jetzt so jemand, der viel meckert, Mecker-Ossi kenne ich auch noch, statt Jammer-Ossi, Mecker-Ossi, äh, genau, also jemand, der viel meckert, jammert, sich beschwert, früher war doch alles besser und natürlich bin ich auch gegen Ausländer und, äh, alles, was fremd ist und, und so weiter, also das wäre jetzt so ein stereotypischer Ossi und ein stereotypischer Wessi, das wäre jetzt so jemand, der, ähm, ja, am besten die Mauer wieder hochziehen will und, und der unheimlich reich ist, genau, in der Villa lebt, ähm, arrogant ist, alles besser weiß, sowieso zu jedem Thema eine Meinung hat und alles weiß und, ähm, der sich darüber beschwert, wie, äh, schlecht jetzt alles im Westen ist und im Osten ist doch jetzt alles besser, weil die haben doch die ganzen Jahre unsere Unterstützung, unseren Soli, also Solidaritätszuschlag bezahlt. Wir haben doch den Osten mit aufgebaut und so. So ist es. Das wäre jetzt so ein stereotypischer Wessi, aber ich denke mal, es gibt solche Leute, aber ich würde sagen, es wird immer weniger. Es gibt auf jeden Fall, was, ähm, wahrscheinlich lange, lange Zeit so bleiben wird, ist, dass es Unterschiede gibt. Es wird immer diese, oder lange Zeit, wahrscheinlich, bis wir sterben, diese Unterschiede geben, glaube ich. Vielleicht, vielleicht werden es immer weniger oder das wird immer, äh, mehr verwischen auch, äh, diese Grenzen, weil dann werden wieder Generationen geboren, die überhaupt nicht wissen, sage ich jetzt mal so, die gar nichts damit mehr am Hut haben, gar nichts damit mehr zu tun haben mit diesem, äh, Ost und West, mit dieser Geschichte, aber bis heute sind ja auch die Gehälter unterschiedlich, zum Beispiel, ja, oder. Die Strukturen, die Infrastrukturen in den Ländern, ähm, die Arbeitslosigkeit ist zum Beispiel in meinem Bundesland, in Mecklenburg-Vorpommern, enorm, enorm niedrig und, äh, das wird sich auch in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich nicht ändern, äh, enorm hoch. So, enorm hoch, ich bin, ich habe jetzt gerade kurz gestutzt, weil im, im Osten ist ja eigentlich höher als im Westen, weil ja auch viele abwandern, hat sich was geändert, nein, nein, genau. Wegen den höheren Gehälten, weil ja auch viele abwandern aus dem Osten, ja. Also, weil sie dann einfach, äh, wissen, im Westen gibt's mehr Geld, dann geh ich lieber in den Westen, so, dann hat der Osten natürlich gerade auch so, Meckpom ist vielleicht auch nochmal so ein, äh, krasses Beispiel, weil ihr so sehr ländlich seid, ne? Mhm. Also, dann gibt's, genau. Also, aus, aus Dresden, Leipzig, äh, gehen vielleicht nicht so viele weg, auch sicherlich, aber vielleicht nicht so viele, weil es große Städte sind, aber bei euch gibt's ja nicht allzu viele große Städte, eigentlich habt ihr Rostock, Schwerin, ne? Ja, Neubrandenburg kann man schon nicht mehr zählen, Greifswald auch nicht. Also, ne, genau, das ist, ähm, ist schon so ein Thema, die meisten jungen Leute gehen weg in den Westen, weil sie da Perspektive haben, weil sie da Arbeit haben, weil sie da Geld verdienen, mehr, mehr Geld verdienen. Interessant ist aber auch, dass viele, viele Leute, die zum Westen, in den Westen zum Studium zum Beispiel gegangen sind, jetzt auch wieder zurückkommen, jetzt, wo sie ein paar Jahre gearbeitet haben, die kommen jetzt zurück, weil sie sagen, sie möchten, wieder hier im guten alten Osten leben. Ja, in der Heimat. Das ist auch so eine, genau, in der Heimat, da werden wir wieder, hört euch die letzte Folge an. Definitiv. Die schöne Heimatfolge. Ja, also interessante Entwicklung, wir, wir sind gespannt, wie, wie das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch wird. Vielleicht gibt's in, in zehn Jahren diesen Podcast auch noch, dann können wir nochmal darüber reden. Genau, können wir das Ganze nochmal Revue passieren lassen, nochmal vergleichen. Genau so. Ja. Okay, ansonsten, ähm, ja, interessante Folge wieder, Benjamin, hat mir Spaß gemacht. Ja, definitiv. Und, und du hast, also, die Überraschung des Tages für dich war wahrscheinlich, dass wir einen Weinberg haben. Die Überraschung des Tages für mich war, dass du mal auf Sizilien gelebt hast. Also darüber müssen wir auch mal eine Folge machen. Oh ja, okay, das hatte ich noch gar nicht erklärt. Ja, gerne, gerne. Können wir so machen. Ja. Okay, alles klar, Leute. Dann, ähm, ach, das wollte ich noch erwähnen, falls ihr, äh, weil mich jetzt ein, zwei Zuschriften erreicht haben mit, mit Themenvorschlägen, ähm, macht das bitte gerne, ja. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt für, für spannende Podcast-Folgen oder so, irgendwas, was euch interessiert, was ihr schon immer mal wissen wolltet, egal ob zur deutschen Sprache, zum Sprachenlernen oder zum Thema Deutschland und Gesellschaft und so weiter, schreibt uns einfach, schreibt Benjamin, schreibt mir und, äh, wir können dann, das in unsere Themenliste mit aufnehmen. Genau, die beste Möglichkeit, uns zu erreichen, beziehungsweise uns diese Themenvorschläge zukommen zu lassen, wäre wahrscheinlich direkt, äh, unter dem Podcast irgendwo. Geht das denn eigentlich auf Spotify, weißt du das? Oder iTunes? Auf Spotify, auf Spotify geht's nicht, auf iTunes, äh, könnt ihr das machen, da könnt ihr kommentieren und, ähm, ja, Bewertungen hinterlassen und, genau. Ja, das wäre sehr, sehr schön übrigens, wir würden uns sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Genau. Und ansonsten werden ja auch alle Podcast-Folgen als Video auf YouTube veröffentlicht, also dort könnt ihr uns auch in die Kommentare schreiben. Das wäre immer am besten, wenn die Themenvorschläge irgendwo direkt am Podcast sind, damit wir die sozusagen irgendwie gesammelt haben und schnell finden, wenn wir mal, wenn wir mal einfach gucken wollen, okay, welche Vorschläge haben wir denn bekommen, dann gehen wir einfach da zum Podcast oder zum Video und gucken uns das an. Das wäre praktisch. Genau. Alles klar. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Ansonsten, ja, habt eine schöne Woche. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut und bis bald. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.